Herzlich Willkommen zu einem weiteren FM22 Video. Heute zeige ich euch sieben Funktionen, sieben geheime Funktionen, die euch im FM22 auf jeden Fall auch weiterhelfen sollten, die euch viel Zeit sparen werden. Viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit einer Sache, die für euch interessant sein könnte, falls ihr den FM22 mit einem Freund an einem PC spielen wollt und da eben wollt, dass der eine den einen Klub übernimmt und der andere einen anderen Klub. Oder falls ihr vielleicht sogar den FM22 mit zwei verschiedenen Vereinen spielen wollt, könnt ihr hier einen zweiten Trainer hinzufügen und könnt dann sagen, okay, der eine Trainer übernimmt den Verein und der zweite Trainer eben einen anderen Verein. Dafür geht ihr hier auf FM22, geht auf neuen Trainer hinzufügen und schon könnt ihr hier ganz normal ein zweites Profil nutzen. Sucht euch euren Verein aus, zum Beispiel jetzt hier den SSC Neapel und bestätigt das Ganze und schon habt ihr hier einen zweiten Save mit dem SSC Neapel. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, seht ihr hier oben dann eben die beiden Accounts sozusagen und dann ist es auch so, dass ihr quasi beide das bestätigen müsst. Also einmal mit dem Save hier auf weiter geht und dann auch später mit dem anderen Save quasi auf weiter geht, damit das Ganze eben fortfährt. Und so könnt ihr dann quasi das Ganze zu zweit spielen. Das zweite Feature beschäftigt sich mit der Entwicklung eines Spielers und zwar könnt ihr euch auch die komplette Entwicklung eures Spielers anschauen, die ihr bei euch im Verein bis jetzt hatte. Wir gucken uns zum Beispiel jetzt hier ein Talent an und zwar heißt der Trakowski. Dafür gehen wir dann hier auf die Entwicklung, gehen auf Fortschritt und dann sehen wir hier schon so ein bisschen was von der Entwicklung, gehen auf Attribute. Und wenn wir jetzt sehen wollen, wie sich die Attribute im kompletten Verlauf seiner Karriere entwickelt hat, gehen wir einfach hier statt auf letzten Monat auf Gesamt und dann sehen wir hier unten nämlich genau wie dieser Spieler sich entwickelt hat. Den nächsten Tipp hatte ich euch bereits in dem Video der perfekten Jugendarbeit gezeigt und zwar wie ihr hier unten die U19 angezeigt bekommt, sodass ihr hier eben auf alles einen Zugriff habt, als ob es eure erste Mannschaft sozusagen wäre, damit ihr hier eben die Taktik vielleicht selber ändern könnt, die Startformation ändern könnt, den Bericht genau seht oder auch die Begegnungen, die Liga, alles mögliche, medizinische Abteilung, das Training. Ja, wie funktioniert das Ganze? Wir gehen dafür jetzt kurz auf diesen zweiten Account, den wir eben gemacht haben, denn hier seht ihr jetzt, hier unten ist nämlich dieser Reiter U19 nicht mit dabei. Und um diesen Reiter eben zu bekommen, geht ihr auf Mitarbeiter und dann auf Aufgaben und dann natürlich den Reiter Training. Und dann müsst ihr eines der Trainingseinheiten übernehmen. Wir übernehmen jetzt einfach mal das individuelle Training, was ich euch auch empfehlen würde. Das Haupttraining kann ruhig der Co-Trainer machen, könnt ihr natürlich auch selber machen, aber hier das individuelle Training reicht auch voll aus. Ihr bestätigt das Ganze und schon seht ihr hier unten eben den Reiter der Jugendmannschaft und schon könnt ihr da drauf einen Zugriff haben. Kleiner Bonus-Tipp noch, falls ihr hier auf diesen Haken klickt, dann bekommt ihr auch immer eine E-Mail zu den Trainingseinheiten und könnt direkt die Spieler loben und die Spieler kritisieren, die in der Jugendarbeit eben gut oder schlecht trainieren. Die nächste geheime Funktion finde ich besonders interessant. Wir sehen jetzt beim Philipp Steinhardt einen kleinen Stern über den Namen und das kann man für verschiedene Dinge nutzen. Und zwar haben wir hier bei dem Steinhardt eine kleine Notiz angefertigt und sehen jetzt zum Beispiel, okay, wenn wir drauf gehen, sein Vertrag läuft aus. Und das ist immer hilfreich, eben hier bei solchen Spielern Notizen sich zu machen und von mir aus auch ist ein Linksfuß oder sonst was. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, die ihr unbedingt immer bei den Spielern direkt wissen wollt, könnt ihr hier eben diese Notiz anfertigen. Ansonsten finde ich das auch besonders interessant, um die Jugendspieler zu markieren, vor allem die Spieler aus einer goldenen Generation, die riesen Talente im Kader. Damit du eben direkt weißt, welche Spieler die großen Talente in deinem Kader sind und falls diese Spieler vielleicht irgendwann auch den Verein mal verlassen und du dann gegen die Spieler spielst, siehst du auch direkt, dass das eben ein Talent aus deiner Jugend mal war. Und du siehst vor allem auch vielleicht, falls einer mal Torschützenkönig wurde, Weltfußballer wurde, Champions-League-Sieger, du siehst eben direkt bei allen Mannschaften direkt, welcher Spieler aus deiner Jugend kam und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr coole Sache. Wie funktioniert das Ganze? Dafür geht ihr einmal auf den Spieler drauf, klickt auf die Chronik und dann seht ihr hier ganz unten eine Notiz anfertigen und dann könnt ihr eben hier reinschreiben, was ihr wollt. Zum Beispiel dann goldene Generation, wenn es jetzt ein Talent wäre, aus eurer Jugendmannschaft, bestätigt das Ganze und schon werdet ihr jetzt sehen, wenn ihr zurückgeht, dass eben hier bei dem guten Rohball auch dieser Stern oben drüber ist. Als nächstes gehen wir auf unsere Auswahlliste, denn wir können seit dem FM21 unsere Auswahllisten sortieren, also verschiedene Auswahllisten machen für verschiedene Spielertypen, die wir eben brauchen. Und somit haben wir das Ganze viel geordneter, wir gehen dafür auf unsere Auswahlliste und gehen dann hier, sehen wir zum Beispiel, habe ich eben schon mal als Test eine Auswahlliste gemacht für die Stürmer. Können dann hier eine neue Auswahlliste machen, sagen zum Beispiel hier, schneller Flügelverteidiger, drücken auf OK und schon haben wir dann hier eben zwei verschiedene Auswahllisten, beziehungsweise drei, wenn die Standard hier auch mit dabei ist und dann können wir zum Beispiel, wenn wir jetzt hier einen Spieler auf die Auswahlliste setzen wollen, gehen wir, ich glaube wir müssen aber dafür auf den Spieler drauf gehen, genau. Also heißt, wir gehen hier drauf und gehen dann bei Transfers auf Auswahlliste setzen und dann können wir hier zwischen den drei Auswahllisten uns entscheiden und können den dann quasi für die bestimmte Zeit auf die dementsprechende Auswahlliste setzen. Letztes Jahr war es noch alles andere als schwer zu finden, aber seit wir das Datencenter haben, Gott sei Dank haben wir das Datencenter, aber seitdem ist das Analyse-Tool auf jeden Fall ziemlich schwierig zu finden. Dafür gehen wir hier eben auf das Datencenter, gehen auf die letzten fünf Spiele, suchen uns eines der fünf Spiele aus, klicken auf das Spiel drauf und dann wird uns hier erstmal eine kleine Übersicht angezeigt von dem Spiel. Dann gehen wir auf Analyse-Daten hier unten, klicken auf die Mannschaften und schon haben wir hier eben dieses Analyse-Tool, wo wir uns alles anschauen können, unsere Pässe, unsere realtaktische Aufstellung, auch wenn man die in der Passmap ja auch sieht. Also wir können hier dann wieder alles so detailliert, wie wir es brauchen, für uns finden. Falls ihr euch noch ein älteres Spiel anschauen wollt, könnt ihr auch einfach auf den Terminplan gehen, da habt ihr ja eine Übersicht von allen Spielen und da könnt ihr eben auf das einzelne Spiel drauf gehen und dann eben wieder über Analyse-Daten, über Mannschaften, aus Analyse-Tool gehen. Die letzte Funktion ist auf jeden Fall eine Funktion, die euch unfassbar viel Zeit spart. Eine Funktion, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass die tatsächlich jeder schon kennt, aber ich war sehr überrascht, wie wenige tatsächlich wussten, dass das Ganze funktioniert. Und zwar geht es hier um das Markieren der Spieler. Ihr könnt hier auf der Transfersuche oder generell auch, wenn ihr Verträge verlängern wollt und wollt, dass euer Sportdirektor das macht, könnt ihr hier einige Spieler eben markieren und das Ganze mit ein paar kleinen Klicken direkt auf einmal machen, statt eben bei jedem das Ganze einzeln zu machen. Ihr könntet ja jetzt hier zum Beispiel auch beim Scouten auf jeden Spieler gehen und dann Spieler scouten klicken. Ihr könnt aber auch hier eben mit einem Linksklick einfach die ganzen Spieler hier markieren, dann auf einen Rechtsklick drücken, auf Bericht und Spieler für eine Woche scouten und schon sind all diese Spieler hier, die ihr hier aufgelistet habt, gescoutet. Ihr habt ja hier nochmal eine Übersicht, falls ihr hier noch ein bisschen was extra bezahlen müsst, falls es eben Spieler sind, die außerhalb eures Scouting-Gebiets sind und dann könnt ihr nochmal entscheiden, ob ihr das Ganze macht oder nicht. Falls es eben Spieler ist oder falls ihr das Geld nicht bezahlen wollt, müsst ihr eben den Spieler kurz nochmal raussuchen und aus der ganzen Markierung rausholen. Dann ist es wahrscheinlich hier so ein James Rodriguez. Dann holt ihr den einfach raus und dann könnt ihr eben die ganzen anderen Spielern trotzdem natürlich scouten. Das war es schon wieder von dem Video hier. Ich hoffe, euch hat das Ganze wie immer gefallen. Denkt unbedingt an die Bewertung, lasst gerne ein Abo da, um weitere solche Videos zu sehen. Schreibt mir auch gerne einen Kommentar, falls ihr auch noch solche Sachen kennt, die eher unbekannt sind, die euch aber extrem weiterhelfen. Würde ich mich auch sehr drüber freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne mal in den Discord vorbeischauen, denn da suche ich immer noch nach jemandem, der mir seinen Account schickt, damit ich demnächst nochmal einen Manager-Check machen kann. Der kam bei euch auch sehr, sehr gut an. Allerdings fehlt mir halt momentan noch jemand, der mir seinen Spielstand schickt. Das war es von dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.